Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Schock, der ab dem 15. Februar in den deutschen Kinos läuft. Ich bin es du und oh Schock, heute dabei ist der Timo. Oh Gott, ich habe so einen Schock gekriegt. Hallo. Hallo. Timo, ich bin sehr froh, dass du heute mit dabei bist, denn dieser Titel, der, ja, der giert ja nach Wortspielen und wenn das einer kann, bist du das. Ja, ich war schockverliebt, als ich die Nachricht hörte, dass wir beide das zusammen machen und ich bin ebenso schockverliebt darüber, dass wir jetzt über diesen deutschen, kann man Genre-Film sagen? Ja, ich finde schon, dass wir über diesen deutschen Genre-Film sprechen können, denn nicht so hotter Take meinerseits. Ich finde, deutscher Genre-Film hat gerade so in den letzten Wochen so ein paar Sachen hervorgebracht, die ich ganz passabel bis gut fand. Durchaus. Allgemein gilt ja immer so die, ja, die Regel, Genre-Film und Deutschland, na, passt nicht so. Also wenn es aus dem Ausland kommt, sind wir immer gerne mit dabei. Aber wenn dann so eher hiesige Produkte herauskommen und dann diesen Genre-Filmstempel tragen, ja, dann haben sie es echt schwer. Und ich meine, selbst erfolgsverwöhnte Filmemacher wie zum Beispiel Moritz Bleibtreu oder Til Schweiger haben ja mehr als einmal versucht, einen deuten Genre-Film auf die Beine zu stellen, der auch kommerziell erfolgreich ist. Aber so richtig abgeliefert von denen hat diesbezüglich ja keiner, oder? Nee, ich finde diesen, also du sprichst ja auch auf Schutzengel und ich glaube, der heißt, nur Gott kann mich richten. Nur Gott kann mich richten und ich hätte jetzt auch diesen, heißt der Koma? Nee, der heißt nicht Koma. Äh, Cortex. Cortex, genau. Der hatte für mich da so ein bisschen deutsche Inception-Vibes. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so ganz erklären. Ich habe vor kurzem, ich glaube, als der Filmemacher, also ich glaube, der heißt Marc Schießer, der jetzt vor kurzem diesen Prime-Film Trunked oder Trunked Locked Up oder Locked In gemacht hat, meinte, dass er mal erlebt habe, dass er was geguckt hätte mit jemandem. Und dann hätte die Person nach fünf Minuten, als noch kein Dialog fiel, dann gemerkt, oh, scheiße, ist ja deutsch. Nee, dann fände ich es kacke. Ich glaube, das ist so eine Grundattitüde, weil wir natürlich auch an unserem Filmemacherruf oder unseren Filmoutput so ein bisschen auf fast schon wie in Amerika nur noch begrenzter so ausgerichtet haben. Wir haben irgendwie im Herbst so die etwas größeren Dramen, die dann thematisch sehr häufig aber immer noch über Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Umland erzählen. Und dann haben wir natürlich die mittlerweile sehr verpünnten Schweighöfer, Schweiger, Komödien, die alle mäßig bis gar nicht lustig sind. Und deswegen geht der Genre-Film echt unter. Ich kann mich so in den frühen 2000ern so ein, zwei Versuche erinnern und dann die von dir angesprochenen. Ich finde es total schade, weil ich sage es jetzt schon mal, zumindest auch nicht in Bezug auf Schock, aber in Bezug auf die anderen zwei vor kurzem geliefenen 60 Minuten und Trunk. Ich mochte die beide und ich möchte da gern mehr von. Ich finde, der deutsche Film soll sich mal bitte mehr Genre trauen. Ja, also Trunk habe ich tatsächlich wie Schock auch im Kino sehen können beim Cologne Film Festival. Der hat mir auch ganz gut gefallen. 60 Minuten war ich überrascht, wie gut der mir gefallen hat. Den gibt es auf Netflix. Mir würde auch noch einfallen Stereo mit Bleibtreu und Vogel. Der war auch ganz gut. Hell war ganz gut. Rambock war ein deutscher Zombie-Film. Der hat relativ, also für seinen Maßstab relativ, zumindest positives Echo bekommen und Schneeflöckchen, deren Macher dann, wie heißt das, Slowborn und Oderbruch gemacht haben und noch so ein paar Sachen. Also der deutsche Genre-Film lebt, aber er lebt so in seiner eigenen kleinen Nische und jedes Mal, wenn so einer sich traut rauszukommen, so wie so ein kleines Häschen so versucht, die Luft des ganzen Kinos Deutschlands zu schnuppern, dann dauert es meistens nicht lange und dann kommt die Gewehrkugel geflogen und zerfleddert den armen Hasen. Es ist leider so. Also ich weiß auch, dass Ende letzten Jahres ist dieser Dive erschienen, den ich auch ganz gut fand, der ich auch mehr Aufmerksamkeit verdient hätte und der ist auch untergegangen, wortwörtlich. Und das ist sehr schade und ich wage jetzt mal einmal die Prognose. Ich meine, Schock bekommt einen breiten Kinostart, also so breit wie möglich, am 15. Februar, aber ich sehe nicht, dass der ein Erfolg wird. Nee, ich fürchte das auch, wobei ich bei den von uns vor kurzem drei genannten Beispielen, also inklusive Schock, auch sagen muss, bevor wir gleich vielleicht zur Inhaltsangabe kommen oder kurz erzählen, worum es da geht. Von den drei genannten 60 Minuten Trunk finde ich auch Schock mit am schwächsten, muss ich dann leider sagen. Okay, das ist interessant. Ich würde sagen, bei mir ist es der Favorit. Okay, dann das wird ein spannender Podcast. Ich freue mich, wie ein Schnitzel. Ich reibe mir die Hände. Okay, gut, du hast schon gesagt, wir sollen mal zur Synopsis kommen. Deswegen, lieber Timo, worum geht es in Schock? Ja, es geht um Bruno, gespielt von dem, ja, mit Co-Autoren und Co-Regisseur Dennis Mosquito heißt er, glaube ich, oder wenn wir ihn richtig aussprechen. Der ist in Köln ein Arzt, hat jedoch vor kurzem seine Approbation, also seine Zulassung verloren und jetzt kümmert er sich, ja, wie man das so machen muss in solchen Kreisen, ohne viele Fragen zu stellen, um Verletzte, die ihre Verletzung aus welchen Gründen noch immer davon getragen haben. Aber Hauptsache, er kann weiterarbeiten, egal wie, ist so ein bisschen sein Motto. Dann kontaktiert ihn eines Tages eine Anwältin, gespielt von Anke Engelke, die macht ihm ein Angebot, einen Kriminellen zu behandeln, der Leukämie hat. Und das ist natürlich für einen Arzt, ja, ein Weckruf, um so ein bisschen Bock zu haben. Problem an der Sache ist, einerseits die Beschaffung der jeweiligen Substanzen und andererseits gerät er damit so ein bisschen in die, oder zwischen die Fronten von zwei rivalisierenden Gruppen. Und dann geht es immer weiter so, dass dieses doch vorher sehr geordnete Leben ein bisschen entrückt und, ja, man stellt sich am Ende als Zuschauer ein bisschen die Frage, kann er das noch irgendwie geradebiegen oder kann er es nicht schaffen und dann droht das Ganze so ein bisschen zu eskalieren. Ja, vielen Dank. Ja, diese Frage, kann es sich noch irgendwie zurecht richten? Geht es gut aus? Ich muss sagen, ich für meinen Teil, ich finde, dass Schock so ein Film ist, der mir zumindest so von der ersten Einstellung an eins klar gemacht hat, nämlich, boah, das ist eigentlich eine zermürbende Abwärtsspirale, die wir hier zugucken. Es gibt, glaube ich, nur einen Ausweg und dieser Ausweg ist halt Schmerz und, ja, Pessimismus. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass, ja, es vielleicht Hoffnung gibt, dass es gut ausgehen kann. Für mich war immer klar, also relativ schnell, das ist wirklich so ein Film, der darauf abzielt, dass wir einfach dabei zugucken, wie nicht nur die Hauptfigur, sondern auch seine ganze Umwelt immer mal mehr und mehr in diesen Abgrund versackt. Das Krasse ist, ich hatte am Anfang so ein bisschen so der mittlerweile ja sehr, sehr in Kritikerkreisen hochgelobte Paul Schrader. Ich hatte so ein bisschen Schrader-Vibes, dass er wirklich so auch hier erzählen möchte, der Film, dass es diese komplette, ich reiße alles runter Geschichte wird. Aber da muss man ja, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber in der Synopsis klang es ja schon an, ich finde ja, Bruno ist an seinem Schicksal gar nicht so sehr schuld, sondern er gerät halt in diesen Abwärtsstrudel selber hinein. Bei Schrader sind das ja gerne mal einfach solche Charaktere, die dann selber das verursachen, weil sie aus ihrem Naturellen nicht raus können oder weil sie einen gewissen Hang dazu haben, obsessiv zu werden. Und das ist bei Bruno, finde ich, nicht der Fall. Das fand ich ganz angenehm und gleichzeitig gebe ich dir durchaus recht. Man merkt schon ziemlich zu Beginn, weil es sich auch alles oder sehr vieles zumindest nicht am Tag abspielt, sondern nachts. Das hat also immer, finde ich, eine gewisse, nicht nur Dunkelheit vom Licht her, sondern auch so eine Dunkelheit vom Naturell her und dementsprechend gehe ich damit. Ich finde, man merkt relativ schnell, dass das kein Ausweg für ihn sein kann oder zumindest keinen guten Ausweg oder dass er keinen guten Ausweg findet. Ja, mich hat der Film visuell so ein bisschen an Reffen erinnert, vor allem Drive. Es soll aber gesagt sein, ich hatte ja das Glück, den im Kino zu gucken, da waren auch die Filmcrew und also auch der Regisseur anwesend und die haben danach noch ein paar Interviewfragen beantwortet. Und der Film hatte halt nicht das Budget eines Drives, sondern der Film hatte das Budget eines kleinen Tatortfilms. Das heißt, sie hatten nicht viel Geld zur Verfügung. Das merkt man durchaus. Ich finde aber, dass sie aus ihrem kleinen Budget relativ viel rausgeholt haben, denn stilistisch hat der Film mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich würde wirklich sagen, das ist, um es böse zu sagen, so Drive in der GEZ-Variante. Ich habe in der Recherche ein bisschen geguckt und ich glaube, dass die beiden ein bisschen gelacht haben bezüglich der Drive-Referenzen, denn die haben glaube ich gesagt, dass sie eher die eben gleich von Reffen gedrehte Pusher-Trilogie so ein bisschen als ihre Inspiration gesehen haben. Und ich habe tatsächlich ein bisschen ausgemacht, dass sie in Sachen Score und Farbgebung auch so ein bisschen bei Uncut Gems geguckt haben. Also der Film ist halt, finde ich, sehr, sehr dreckig. Also irgendwann wird er so ein bisschen fiebrig. Er erreicht für mich immer ganz so dieses Immersive, dass man so dabei ist und dass man so diese Unruhe spürt. Dafür, finde ich, ist er ein bisschen zu bedächtig erzählt. Aber ich finde schon, dass man merkt, dass sie sich zumindest Vorbilder genommen haben, die man auch erreichen kann. Es ist jetzt nicht irgendwie, ich nehme das noch mal Till Schweiger, der in Schutzengel irgendwie einen auf Zack Snyder und Michael Bay machen möchte, sondern es ist schon ein bisschen geerdeter. Und das fand ich ganz angenehm. Ja, also ich finde auch, die setzen sich erreichbare Ziele. Was ich auch halt schön finde, ist, wie der Film erzählt wird. Du hast schon gesagt, dass er die auf ein paar Längen hat. Ich würde auch nicht, ja, absprechen wollen, dass er hier und da ein bisschen elegisch ist. Trotz allem ist er mit, glaube ich, knapp 90, 95 Minuten noch relativ kompakt erzählt. Aber ich finde, dass er sehr schön sein Narrativ entfaltet, weil ganz viele Sachen wissen wir gar nicht. Also zum Beispiel, wir wissen halt irgendwann, okay, Bruno war mal anscheinend wirklich Arzt, hat aber seine Zulassung verloren. Warum, wieso, weshalb, wir wissen es nicht, wir erfahren aber immer nur so Bruchstücke. Es ist so ein Mosaik, das sich so nach und nach entfaltet. Nicht nur bei Bruno, sondern auch hat ja eine Schwester. Diese Schwester ist da zusammen mit einem Gangster. Dieser Gangster steht auch wieder im Verhältnis zu einem Kunden von Bruno. Und das hat mir eigentlich große Freude gemacht, dass der Film mir nicht alles vorkommt, sondern sich vieles auch einfach selbst zusammenstellen muss. Und dass auch einiges ja einfach ein Mysterium bleibt. Wie war es bei dir? Ja, fand ich auch. Also ich mag es sehr, wenn man auch nicht so viel erklären lässt. Also es gibt einen Moment natürlich, wo man so ein bisschen die Struktur eines Drehbuchs erkennt. Das ist die etwas längere Begegnung mit seiner Schwester, als er dann bei ihr, ich glaube, Mittag ist oder Abendbrot isst und dann ja einen, auch den er gerade versorgt hat, nochmal sich anschaut. Und da so eine Szene sich entspinnt, wo so Backstory reingefüttert wird. Also Familienverhältnisse, wie sind die beide miteinander? Die sind halt, ich finde, haben ein sehr, sehr inniges Bruder-Schwester-Verhältnis. Sind, glaube ich, voll weisen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also keine Eltern mehr, beide gestorben. Und das war einerseits sehr angenehm so als Charaktermoment. Andererseits merkst du, habe ich zumindest da gespürt, so, ah, das ist jetzt so ein, das müssen wir jetzt mal reinmachen, damit wir so ein bisschen Fleisch an den Knochen kriegen. Und das, ja, ich finde, man merkt da an der einen oder anderen Stelle, dass das halt ein Regie-Debüt, was Spielfilm angeht, ist. Ja, ja. Also gerade das mit der Schwester, finde ich, merkt man auch hier und da, dass sie letztlich vielleicht auch nur existiert, um eine Motivation später auszulösen für ihre Figur. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Was ich aber auch wirklich toll finde, ist, wie der Film besetzt ist. Dennis Bocchito ist für mich ein Schauspieler, den, weiß ich, den verbinde ich so seit Jahr und Tag mit seiner Nebenrolle in dem Film Schule. Das ist so ein Adoleszenz-Film von mir, den ich immer noch ganz gerne gucke. Für mich auch immer so ein Darsteller, der, ja, ich packe mal diesen Satz raus, ein bisschen immer unter Wert verkauft wird. Der jetzt hier auch seine Chance nutzt, mal wirklich konkurrenzlos im Rampenlicht zu stehen. Wobei, das hat er auch schon in diesem Gangster-Film Chico gemacht, den ich auch ganz gut finde. Und dieser Fahri Yadim, Fahri, Fati, wie heißt der? Fahri Yadim, ne? Fahri Yadim, genau. Genau, der spielt ja diesen Gangster-Boss, mit dem Bruno zu tun hat. Und ich finde ihn einfach so wunderbar gegen, ja, gegen sein sonstiges Rollenbild besetzt. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Wobei er ja diesen Kodera und diese Schnauze schon immer hat. Und jetzt hatte ich das Gefühl, jetzt reduziert er das ein bisschen und hat dafür so dieses Schmierige in den Vordergrund gestellt. Und das fand ich auch ganz gut. Was mir bei Mosquito ganz gut gefällt, also ich habe den vor kurzem in so einem Kinderfilm gesehen, mit Sven besprochen. Chaos-Schwestern oder sowas. Und da war er mir zu drüber. Da hat man so gemerkt, irgendwie hat der Regisseur anscheinend immer gesagt, denk dran Kinderfilmen, das müssen Kinder auch, müssen deine Emotionen verstehen. Und dann ist er ein bisschen, das spielt nicht natürlich. Und hier, finde ich, kommt er so, hat er auch schon so eine gewisse Coolness, aber ohne jetzt cool sein zu wollen. Sondern er ist einfach, hat so seine, auch seine Mannerismen und seinen geregelten Tagesablauf. Geht's halt ins Fitnessstudio und so weiter. Und du hast so das Gefühl, er hat eigentlich ein relativ, oder hat sich mit dieser sicherlich unschönen Situation, dass er halt nicht mehr als normaler Arzt praktizieren kann, hat er sich abgefunden. Das fand ich ganz cool. Was mir vom Film so ein bisschen, was mir so ein bisschen fehlte, war das, was du vorhin gesagt hast, die Motivation. Also warum ich jetzt als Arzt, der nicht mehr praktizieren und nicht mehr Patienten regulär behandeln darf, warum ich diesen Weg gehe in die Unterwelt oder in die Schattenwelt zumindest. Da habe ich so ein bisschen, ich sagte vorhin schon diesen Schrader-Vergleich, ich war mir jetzt nicht sicher. Also für mich war er jetzt kein obsessiver Mediziner, sondern er war eher so jemand, der sich dann mit dem arrangiert hat und dann vielleicht eher ein bisschen pragmatisch gedacht hat. Dann habe ich aber nicht verstanden, warum er sich aus dieser doch anscheinend sehr heiklen Nummer um den Leukämie-Krankengangster, warum er sich da nicht früher rauszieht. Also spätestens als er merkt, dass das Beschaffen dieses Mittels, dass das sehr schwierig ist, war er so in der Filmlogge, dass ich dachte, okay, jetzt müsste eigentlich ein studierter Mensch so ein bisschen denken, ist es das Risiko gerade wirklich wird. Denn was finanziell am Ende übrig bleiben soll, ist ja echt auch nicht viel, zumindest wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, also für mich war das so ein klassisches vom Regen in die Traufe gemixt mit Murphy's Law. Also ich hatte es so verstanden für mich, dass er schon dachte, das könnte halt schwierig werden, aber er hat versucht sein Glück, weil wenn es halt funktioniert, wie er es dachte, dann hat er halt ein großes, gutes Geschäft gemacht. Und das ist ja durchaus auch ein Mensch, der auch monetär denkt. Das finde ich, das kommt schon raus. Und dann halt eben durch Pech leider dann da steht und vom Regen in die Traufe, wortwörtlich. Und das geht ja so weit, dass dann zuerst andere Menschen unter Mitleidenschaft gezogen werden und später ja auch er. Und da vielleicht mal die Frage, was sagst du denn zum, ich nenne es mal zum Härtegrad des Films. Ich weiß gerade nicht, welche Vescava gearbeitet hat. Ich würde überschätzen eine 16. Er ist aber schon nicht unbrutal. Es ist jetzt kein Schlachtfest, so weit würde ich nicht gehen. Aber für einen deutschen Film, das muss hier nochmal gesagt werden, für einen deutschen Film hat er schon so ein paar Spitzen, um es mal so auszudrücken. Ja, also ich habe da ja im Vorgespräch vom Leitmedium, jetzt ein bisschen viel vielleicht, aber es gibt auf einem sehr bekannten Filmportal auch einen mit Ist das der härteste Film des Jahres? Artikel. Und da muss ich jetzt sagen, da gehe ich jetzt nicht so ganz mit. Es gibt halt diese eine Szene, nicht wie bei Swordburn sind es zwei, drei, wo man drüber sprechen müsste, sondern hier ist es die eine, wie ich finde. Und die ist, haben wir auch schon besprochen, die ist für mich vom Härtegrad noch in Ordnung. Ich konnte das noch ertragen. Es ist jetzt nicht, dass man da sitzt und einem wird Spei übel oder zumindest wurde mir nicht übel. Ich finde ansonsten merktest du bei den nicht so zahlreichen, aber doch bei den vorhandenen Shootouts so ein bisschen das Low-Budget-Produkt. Also da war es für mich so die Immersion und das, was an Tricks möglich war, das sah so ein bisschen günstig gemacht aus. Ich möchte jetzt nicht billig sagen und habe es in dem Moment doch getan. Aber es war so ein bisschen klein alles. Und wie gesagt, es wäre jetzt irgendwie ein Schlachtfest oder irgendwie so aller, wie heißt der, den Only God forgives, so Gewaltspitzen da erwartet, der wird sicherlich eher enttäuscht sein. Ist nichts für dich, Sven. Sorry. Ja, sorry Sven, aber wir mögen dich trotzdem. Ja, übrigens, Entschuldigung. Übrigens, ich habe nochmal nachrecherchiert, also er hat eine FSK 16 bekommen. Und das ist, das finde ich auch, ist die optimale Freigabe für diesen Film. Ja, also wie gesagt, dafür ist er wirklich, der ist okay, also der ist nicht schlimm und der hat jetzt nicht irgendwie so Goh-Momente und auch keine, also es geht jetzt nicht Richtung John Wick, wo es irgendwie, oder Ikulizer, wo es so sadistisch wird, was Gewalt angeht. Deswegen ist das schon, fand ich vollkommen in Ordnung. Was ich toll finde an dem Film ist auch sein Handlungsort, nämlich er wurde gedreht und spielt auch in Köln. Und Köln ist ja so meine Heimat, meine Hood. Und Köln kommt tatsächlich relativ selten vor in deutschen Filmen. Also meistens ist es halt Berlin oder Frankfurt oder die Stadt wird nicht genannt, aber es sieht immer sehr nach Innenstadt, so Berlin aus und Skyline Frankfurt. Und ich fand es ganz schön bei Schock, dass sie, also wenn du halt Köln kennst, dann merkst du schon, wo es spielt, aber sie verzichten halt trotzdem darauf, so dieses typische, so ja hier, der Kölner Dom. Genau, Domplatte. Genau, das gibt es, genau, das gibt es nicht. Ich mochte wirklich diese Umgebung nicht so sehr, dass es jetzt Köln ist, sondern einfach wie urban das wirkt. Also auch so, wir haben schon gesagt, der Film ist sehr schmutzig und diese, diese Ästhetik von diesem grauen, bröckeligen Beton, überall Graffitis und verschmiert und Dreck und Schmutz, das fand ich wirklich toll und diese Ästhetik bewahrt er sich oder die haftet so in diesem Film dran, dass sie ihn selbst dann verfolgt, wenn Bruno halt mal eben, ich nenne es mal eine Auszeit nimmt und in dieser komischen Waldhütte mal kurz ist. Selbst dann wirkt der Film immer so, immer so ein bisschen, als ob du dich fragst, so haben wir hier irgendwo einen Kärcher, ich müsste mal drüber Kärcher. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie in Köln, rede jetzt aber mit jemandem, der in der Nähe von Köln beheimatet ist. Es gibt ja das Gerücht, Köln sei eine furchtbar hässliche Stadt und wenn das sich bewahrheitet und wenn das auch stimmt, dann fängt das dieser Film wirklich gut ein. Das ist jetzt keine Pointe, das ist wirklich so gemeint. Na klar taucht er jetzt nicht super deep in die Unterwelt ein und macht so eigene Gesetze und Regeln auf wie ein John Wick oder andere vergleichbare Gangsterfilme. Aber du hast schon immer das Gefühl, also Köln ist hier schon so ein kleines Drecksloch und da sind auch die Leute dreckig und die haben Dreck am Stecken und da ist ja auch keine Figur dabei, die irgendwie nicht was Halbseidendes hat und deswegen fand ich das auch. Also ich merke schon während ich rede, wie viele positive Sachen ich da nennen kann. Es gibt halt so ein, zwei Stellen, die ich schon erwähnt habe und noch so zwei, die vielleicht kommen, bei denen ich so ein bisschen denke, ja okay, man merkt halt, dass das ein Regie-Debüt ist. Ja, willst du mal kurz, du darfst vielleicht mal ein bisschen zementieren, woran du es merkst, dass es ein Regie-Debüt ist? Ja, also ich finde wirklich, dass der, also ich finde Handkamera nutzen ist okay, aber mir fehlte so ein bisschen das Ästhetische, dass ich merke, so ist es mehr als ein Fernsehfilm. Ich meine, das ist ja glaube ich eine vom WDR und von Arte mitproduzierte oder zusammenentwickelte Geschichte und du merkst halt schon manchmal, dass es halt von den in Anführungsstrichen Schauwerten nicht viel mehr ist als eine TV-Produktion. Das fand ich schon. Und dann sind so die Vorbilder, die man sich genommen hat, also ich nehme mal den von mir schon genannten Anka Jams, du merkst so, dass sie an die Klasse, an diese Fieberigkeit, an dieses Hitzige, an dieses Unruhige nicht, also für mich in keinem Moment so richtig rankommen. Es ist halt, die Farbgebung ist manchmal ganz nett, es gibt Momente, die ganz okay sind, es gibt aber auch Momente, die so ein bisschen verschenkt werden. Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, es gibt zumindest eine Szene, in der eine Figur von Bruno zunächst versorgt wird und dann am Ende aber wenig Erfolg damit ausrichten kann. Und da hab ich so, also wenn es mir zeigen sollte, was für einen doch dann passend vielleicht auch zur Profession kalter Mensch er ist, dann okay. Nee, ansonsten hatte ich da nach dem Moment schon einen kleinen Kloß im Hals und hab gedacht, okay, da habt ihr ein bisschen was verschenkt, um zu zeigen, was das auch so mit einer Figur macht. Anscheinend hat es mit seiner Figur fast gar nichts gemacht. Also kann natürlich sein, dass das irgendwie in der Filmlogik schon mal passiert ist und er das so abgehakt hat, aber irgendwie fand ich das ein bisschen, ein bisschen lichtsagend. Weil so hab ich es halt für mich verstanden, dass es für ihn nicht das erste Mal war. Also das kann man ja grob erklären, er versorgt halt auch illegale Prostituierte und da ist halt eine, die hat glaube ich Zahnschmerzen, das endet dann auch in einer sehr unschönen Szene, also wenn ihr Probleme damit habt mit Szenen oder so, dann hat Schock vielleicht glaube ich zwei Szenen für euch parat, die ein bisschen unschön sein könnten. Aber so hab ich es verstanden, dass er diesen, also zum einen praktiziert er halt diesen Pragmatismus, ja, auch so nach dem Motto, ja Gott, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anderes, aber dann schon vielleicht insgesamt schon noch einen Ausweg sucht, aber letztlich dann auch so in dieser Routine vielleicht gefangen ist, dass er es deswegen nicht rauskommt. Und das, so hab ich es mir immer erklärt. Was ich übrigens auch ganz schön finde an dem Film, um jetzt wieder was Positives zu kommen, ich mag auch, wie er diese Unterwelt zeigt. Die ist halt auch sehr schroff, sehr rau, sehr hässlich. Sie ist halt ganz weit entfernt von diesen mafiösen Klischees. Also da wird halt nicht irgendwie im Restaurant Kaviar mit Shampoos getrunken und daneben sitzen dann die Bitches parat. Nee, da isst man einfach zusammen mit der Familie zerkochte Tomatensuppe oder irgendwelche Pasta dazu. Das finde ich, das hat so einen Realismus. Also der Film hat so eine Bodenständigkeit, die ich auch sehr, sehr, ja, ich würde fast nur sagen, genossen habe. Ist schon krass, dass Scorsese dafür erst so das Spätwerk brauchte, um das quasi zu entzaubern, was er sich selber vorher so glorreich aufgebaut hat, so in Sachen Goodfellas Casino. Und ja, die beiden kriegen es hier, also die beiden Filmmacher, um das noch mal zu sagen, das ist halt der Dennis Mojito, der hat den mitgeschrieben und mitgefilmt oder mitgedreht. Und dann ist es, ich bin gespannt, also das müsstest du sagen, weil du natürlich da beim Screening die Leute dabei hattest. Ist dieser Dennis Rakete-Siegel, ist das, ist Rakete so ein Spitzname oder heißt der wirklich mit zweiten Namen Rakete, weißt du das? Ich weiß es nicht, aber es wurde jedes Mal ein voller Name gesagt, noch jedes Mal unironisch. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, das scheint mir auch ein relativ junger Mann zu sein, vielleicht hat er einfach Eltern, die Spaß haben oder Spaß hatten bei der Geburt oder so. Vielleicht ist der Junge ja bei der Geburt rausgeflutscht von der Rakete, heißt deswegen so, ich weiß es nicht. Wirklich, möglich, also ich meine, bei Prominenten dürfen wir uns ja nicht über Namensgebungen Grüße an Brooklyn Beckham und solche Leute oder an Apple, Paul Show oder heißt sie Martin, ich weiß es nicht, da dürfen wir uns nicht wenden. Oder Peachis Gelndorf gab es glaube ich auch mal oder gibt es noch, ich weiß nicht, ob die noch lebt, ich glaube die ist irgendwann mal gestorben. Aber hätte mich interessiert, weil ich kenne den Spitznamen Rakete, aber so im zweiten Namen ist es ja so ein bisschen wie meine beiden Söhne Walker und Texas Ranger, wie bei Ricky Bobby, das fand ich so ganz lustig. Aber auch ein Kölner, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe. Ich meine auch, ja. Beides sind, glaube ich, Kölner. Und finde ich schön, dass er das nicht quasi nutzt, um so eine Ode und so eine Liebeserklärung an Köln zu verfassen, sondern wirklich, wie du schon sagtest, das eher fürs Gegenteil nutzt uns zu zeigen. Hier, guck mal, das sind die ekligen Ecken. Das ist so, ich habe jetzt nicht viel Ahnung, aber so aus Harald-Schmidt-Zeit weiß ich so, das ist vielleicht Köln-Mühlheim und hier sind so die Ecken, wo es nicht so geil ist. Ja, ja, also wie gesagt, ich komme nicht gebürtig aus Köln, aber ich wohne sehr, sehr, sehr nah dran und bin sehr, sehr oft in Köln und ich mag Köln als Stadt, aber Köln ist halt einfach pottenhässlich. Da gibt es gar keine Diskussion. Also überhaupt gar keine Diskussion. Geografisch einfach eine doofe Lage, um im Zweiten Weltkrieg viel behalten haben zu können, das muss man auch an dieser Stelle sagen. Ja, ja, aber dafür ist es einfach eine herzliche Stadt. Also ich, jeden Morgen, wenn ich da irgendwie mit der S-Bahn unterwegs bin und du steigst aus, gehst durch dieses Treppenhaus und hast gleich diesen erfrischenden Urin-Geruch in der Nase, das ist toll. Das ist Köln, weißt du? Das ist Köln'sche Menschlichkeit. Ja, übrigens, wir nehmen diesen Podcast am Karneval auf, das möchte ich hier nochmal erwähnen. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, also falls jemand uns hört und denkt, was erzählen die beiden Jecken denn dort, wir haben ja die roten Nasen noch nicht auf, das ist nicht so, jetzt wird es auch schlimm, weil ich sonst, wenn ich inhaltlich nicht mehr weiß, was ich sagen will, dann Dialekt, ist immer ganz furchtbar, sag dir. Folgendes, du hast ja gerade eben gesagt, dass du von diesen drei anderen Genre-Filmen aus Deutschland, also das war 60 Minuten und das andere war, hilf mir auf die Sprünge, Trunk. Und andere, genau, Trunk, dass für dich da Schock der, in Anführungszeichen, schwächste ist. Ich finde aber, was du gesagt hast, bis auf jetzt zu eins, zwei Kritikpunkte, klang jetzt aber gar nicht so verkehrt. Also das wäre so, um auch vielleicht so in Sachen, ist das eine Empfehlung, sollte man dafür ins Kino gehen? Also ich kann ja nicht selber erzählen, ihr müsst unbedingt den deutschen Genre-Film ein bisschen pushen und dann sagen, ja, aber den braucht man nicht im Kino sehen, könnt ihr euch zu Hause reinziehen. Nee, geht mal für sowas echt ins Kino. Wenn ihr, ich sagte es schon, wenn ihr so auf Schrader-Typen steht, wenn ihr so auf Gangster-Filme steht, die jetzt aber nicht so eine große Scale haben und auch diesen Glamour vielleicht als Faktor nicht ausspielen wollen, dann schaut euch den an. Der ist gut gespielt. Ich finde, da ist niemand irgendwie komplett drüber. Der hat so seine Momente, der hat so ein, zwei. Ich finde zum Beispiel, wenn er da mit dem Mafioso dann zum Fernsehgucken bleiben soll, wo du halt auch so merkst, so das, was du, was du sagtest, der ist halt nicht irgendwie so der geile Hecht, sondern der ist jetzt ein kranker Mensch und möchte nicht alleine sein. Und das finde ich, der hat schon seine Momente. Ich finde den handwerklich halt solide. Du merkst an der einen oder anderen Stelle, dass das Geld ein bisschen fehlte und das vielleicht auch die handwerklichen Fähigkeiten. Also oder anders formuliert, der Trunk hatte halt wirklich so seine visuellen Spielereien und du merkst es so, dass der Regisseur auch der Produzent war. Das heißt, er hat sich einfach einen Blankoscheck in Anführungsstrichen ausgestellt. Und hier merkst du, hier sind budgetäre Limitierungen drin. Das ist aber völlig in Ordnung. Also guckt ihn euch an, wenn er bei euch läuft. Unbedingt. Würde ich auch so unterschreiben. Wie gesagt, Trunk fand ich auch empfehlenswert. Den habe ich, wie gesagt, auch im Kino gesehen können. Ich finde halt einfach, dass das Schock im Kino besser gewirkt hat auf mich. Auf mich wirkte Schock, obwohl er diese, ich nenne es mal auch, ja, diese Fernsehfilm-Partina schon hat. Allein wegen aus budgetären Gründen. Finde ich, wirkt er einfach visuell irgendwie klarer. Der wirkt, der schlägt mehr durch, was das angeht, als Trunk. Der muss natürlich auch nicht den, sagen wir mal so, das begrenzte Setting so ein bisschen durch visuelle Spielereien versuchen, etwas besser darzustellen oder dastehen zu lassen. Und das muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn ich schon den Vergleich gezogen habe, ich finde, dass Trunk doch schon so ein bisschen seine Längen hat, das hatte Schock für mich jetzt nicht. Das muss ich jetzt als abschließendes Urteil auch dazu sagen. Was ich aber auch noch sagen muss, ich finde aber auch, Schock hat keine so guten Martial-Arts-Szenen wie 60 Minuten. Das ist tatsächlich wahr. Dafür ist er nicht so drüber. Das war so vielleicht mein eigentlicher Kritikpunkt. Da war schon irgendwie so ein bisschen bei 60 Minuten das Ding, dass das schon so ein bisschen zu sehr auf dicke Hose war, fand ich. Ja, also was ich halt wirklich schade finde und nochmal um diese Genre-Film-Diskussion noch mal kurz anzuheizen gegen Ende des Podcasts. Wir machen einen runden Bogen, das ist doch wunderbar. Ich finde es halt so unglaublich schade, weil ich habe halt, wie gesagt, Schock schon vor allen Dingen als, ach, bin ich schockt, Trunk, der hieß damals nur Trunk, gesehen. Und ich fand den jetzt nicht überragend, Gott bewahre, aber ich fand den gut. Ich fand den wirklich gut. Und zwar nicht so mit diesem, ja, für einen deutschen Film, nee. Ich fand, das war wirklich ein guter Genre-Film. Und jetzt ist er halt eben raus bei Prime exklusiv. Und was ich bislang so gehört habe, dass da, also der kommt ja teilweise echt Hammer ab. Wo ich, ich kann ja jeden Kritikpunkt verstehen, aber ich denke mir auch so, Leute, ganz ehrlich, seid doch mal ein bisschen, also, dass ich das sage, mich gerade ein bisschen verwundert, aber seid ein bisschen fair. Ja, vor allen Dingen, also ich bin ja da sogar befangen, weil ein Kollege, Grüße an Kehner an dieser Stelle, von Filmtoast da am Set einen Job hatte und da quasi auch eins zu eins dabei war. Und ich fand jetzt vor kurzem, der Marc Schießer, der Regisseur und Produzent, war halt bei Kino Plus zu Gast und der war, also wenn du so dieses positiv Quirlige, weißt du, wenn da so ein bisschen so ein Typ ist, der, wo du merkst, das ist ein Nerd, der hat Bock darauf, aber war halt nicht auf der Filmschule und macht irgendwie, was weiß ich da, den Kram, den er an der Filmhochschule gelernt hat. Das finde ich halt cool und deswegen, der hat zum Beispiel auch erzählt, das war mir nicht so klar, dass der in Amerika echt gute Kritiken bekommen hat und deswegen finde ich es so schade, dass wir, aber das ist, ach, jetzt kommen wir vielleicht in so eine große gesellschaftliche Debatte, aber das werden wir gut abwürgen können, glaube ich. Das ist, glaube ich, echt so ein deutsches Phänomen, dass wir mit unseren, jetzt ist ein Film keine Errungenschaft, aber mit unseren Produkten nicht so gut umgehen können. Grüße an dieser Stelle an den Umgang mit auch zu Sportlegenden, was wir irgendwie nicht hinkriegen. Also jetzt nehmen wir nicht Franz Beckenbauer, sondern so nehmen wir mal so einen Toni Kroos. Also der Typ ist halt, ich glaube, sechsfacher Champions-League-Sieger, Weltmeister und wir zu Hause sagen ja immer noch Querpass-Toni teilweise zu ihm. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Also liebe Deutsche, wenn ihr uns hört, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass in Spanien unsere Hörerschaft etwas begrenzt und limitiert sein wird, aber Ola, Gedal, hilf an diese HörerInnen. Aber feiert doch mal das so ein bisschen, wenn wir sowas auf die Beine stellen. Denn ich glaube jetzt, also Trunk als Beispiel, der hat natürlich jetzt Prime im Hintergrund gehabt, aber sowas wie Schock hat halt wirklich außer der Kooperation mit dem WDR und Arte jetzt ja nicht irgendwie groß Filmförderungs-Budgets da bekommen. Ey, das kriegt jeder, nee, ich darf jetzt das Wort nicht sagen, das kriegt jeder Marvel-Film, der zwei Sekunden in Bayern spielt, kriegt Filmförderung Bayern und hier hast du im Vorsprang, glaube ich, davon nichts gesehen. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Und das ist halt wirklich schade, weil, wie gesagt, alle Filme, die wir gerade reden, 60 Minuten, Schrank und auch Schock, sind natürlich keine Meisterwerke. Aber nicht jeder Film muss ein Meisterwerk sein. Für das, was sie sein wollen, machen die aber einen richtig guten Job. Ja, das finde ich auch. Ich wollte dir noch was fragen, weil du natürlich den auf dem Festival gesehen hast, ich leider nur zu Hause bei einem Screener oder in Form eines Screeners. Und war das so ein Film, der dann auch vom Timeslot her eher früh war, eher spät war? Wie war so das Festivalpublikum an sich? Wie hat die das denn, oder wie haben die das denn so aufgenommen, den Film? Also tatsächlich, ich war bei der, ich dachte, das wäre die Deutschlandpremiere, das war aber leider falsch, die war schon ein paar Wochen vorher in München. Aber es war die erste Vorstellung des Films während des Festivals, Freitagabends um 8 Uhr. Okay, Prime Time. Es war der größte Saal des Kinos, also es passten so 300, Leute rein und da war auch alles voll, weil halt eben auch bekannt war, dass halt eben die Macher mit dabei sind. Und ja, es ist auch niemand gegangen vorab. Das war auch, glaube ich, der einzige Film im Festival, den ich gesehen habe, wo wirklich das der Fall war, wo wirklich niemand vorzeitig den Saal verlassen hat. Die Stimmung war gut. Es war halt tatsächlich so, die haben halt danach halt Fragen gestellt und wenn man sich halt ein bisschen, sag ich mal, mit dem Film auskennt und da hatte man schon so ein paar Fragen, zum Beispiel eben, ja, wie wichtig war jetzt Reffen als Inspiration, weil ich eben schon das Gefühl hatte, dass sie da schon mich bei Pusher oder auch bei Drive bedient haben oder du hier mit Anka Jams. Aber die Fragen zirkulierten halt meist so ein bisschen um dieses Lokalkolorit, so von wegen, ja, Köln, schöne Stadt, bla 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 bla. Das war ein bisschen, in Anführungszeichen, ärgerlich und es war auch relativ schnell vorbei. Also mit Filmsichtung war ich, glaube ich, keine zwei Stunden in diesem Kinosaal drin. Oh, okay. Das ist wirklich dann ein übersichtliches Q&A, okay. Ja, also es war nicht so viel. Man muss aber auch so sagen, die hatten auch eine sehr straffe Taktung. Also als ich zum Kinosaal gegangen bin, standen da schon die Leute für die nächste Vorstellung. Also von daher. Aber es war auf jeden Fall mal ein Erlebnis und es ist immer komisch, wenn du halt Leute live siehst. Also weil Dennis Morito, ich sag das schon, den kenne ich halt schon in einem ganz anderen Film und aber wenn man den dann so live so vor allen stehen sieht, denken wir sich auch so, ach, der ist aber irgendwie ein bisschen klein. Das ist mit den ganzen Filmen durchweg, dachte ich immer, ich habe mir den legitimen Schauspieler, falls das Leben von Micky Beisenherz in Kürze verfilmt wird, weil das sind ja beides kleine Menschen. Gleichzeitig ist das immer. Ich finde das, also ich habe mal den Skarsgard, den Alexander Skarsgard und man sieht schon in seinen Filmen, gerade so bei Infinity Pool, dass das ein großer Mensch ist. Aber wenn der dann halt vor dir steht, denkst du, oh, der ist ja sogar ein kleines Stück größer. Also ich bin 1,93, muss man dazu sagen. Der ist sogar ein kleines Stück größer als ich. Ich muss einen kleinen Tick nach oben gucken. Das kenne ich gar nicht und das ist schon eine imposante Statur dann. Okay, ist interessant, weil ich habe dich immer als Wimseling eingestuft, aber immer so, ja so meine Größe, so 1,80 Meter. Ich bin ein bisschen größer. Gott sei Dank. Also nicht, weil du 1,80 bist, sondern einfach, weil das in diversen Momenten einen ganz netten Vorteil hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut. Ich habe das Gefühl, wir haben alles gesagt zu Schockern. Ja, es ist wie bei der Zeit alles gesagt. Jetzt brauchen wir ein Codewort. Schocker mit Schlogger, das bietet sich an dieser Stelle einfach ein, denn während wir aufnehmen, wir haben es jetzt, wir sind jetzt mal ganz transparent, wir haben es den 10.2., das heißt in drei Tagen oder vor zwei Tagen, je nachdem, wie man das hört, könnt ihr die zweite Folge von Schocker mit Schlogger hören. Nicht sehen. Ich hätte am liebsten noch sehen gesagt. Da reden Schlogger und Stu über das Omen, glaube ich. Ganz genau. Also ein Richard-Donner-Film. Es gibt, meiner Meinung nach, es ist wie mit Whisky, es gibt keine schlechten Richard-Donner-Filme, es gibt nur gute und weniger gute. Und dementsprechend, wer jetzt nochmal das Omen nachholen möchte, bevor er diesen grandiosen Schocker mit Schlogger-Podcast hören möchte, der sei jetzt dann dazu angehalten. 13. Februar, glaube ich, kommt er wieder raus, ne? Genau, und ich habe gerade recherchiert in unserer internen Liste, dass dieser Podcast, den wir gerade hier aufnehmen, der kommt am 14. raus. Ach, guck an. Wenn du diesen Podcast hörst, dann ist Schocker mit Schlogger 2 schon längst draußen. Geil. Geil, ne? Das heißt, dann habe ich es jetzt schon, jetzt kommt Futur 3 oder so, dann werde ich den ja schon gehört haben werden, tun, müssen oder so. Ja, du bist der Pädagoge bei uns, der Lehrer. Ich habe, ich und Grammatik, das ist, es kommt nicht gut. Natürliche Feinde. Ja, ja. Das stimmt aber nicht, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ich glaube, Grammatik kurz von Meister Yoda. Ja. Dieser Podcast enden nun muss. Genau. Was müssen wir noch sagen? Wir müssen noch sagen, dass ihr den Telegramm-Tisch überall dort findet, wo es Likes und Podcasts gibt und wenn ihr ihn irgendwo bewerten könnt, dann tut das doch bitte am liebsten mit der Maximalbewertung, sei es jetzt 5 Sterne, 5 Karotten oder 27 Radieschen, ist eure Wahl, aber bitte hoch, weil wir es verdient haben, wie ich finde, oder? So ist es. Ja, wunderbar. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, tele-stammtisch.de, die könnt ihr auch garantiert irgendwo bewerten, das könnt ihr auch positiv bewerten, weil sie ist wunderschön. So ein bisschen wie das Erstgeborene. Am Anfang ein bisschen hässlich, aber wenn man sich daran gewöhnt, denkt man sich, was für ein schönes Kind. Ja, das stimmt. Gut, damit sind wir ja durch. Timo, ich danke dir für deine Zeit und deine Expertise. Sehr gerne. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und Timo, dir gebe ich das letzte Wort. Tschüss, tschüssi, oder wie sie im Köln sagt, tschö mit ö. Ich darf nie wieder nach Köln. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.